ein guter wie zu helldragon lp ich begrüße euch zu einem weiteren player review heute geht es um gonzalo higwain man of the match und ja wir starten einfach durch hat ein gewaltiges update bekommen plus drei auf der karte insgesamt und was bei ihm halt stark heraussticht ist sein sein schuss aber ist das wirklich so ihr werdet in den ersten paar szenen passspiele sind von ihm das liegt einfach daran dass ein paar spiel sehr gut ist man merkt da auch ein upgrade zu seinem nicht in form genauso wie bei dem tempo und bei der beweglichkeit diese drei sachen möchte einfach mal kompakt zusammenfassen sind einfach spürbar besser wie bei seinem nicht in form er ist einfach schneller beweglichkeit meine ich auch eigentlich sein dribbling das ist eigentlich nicht ja es ist einfach besser wie beim nicht in form und sein passspiel gefällt mir sehr gut vor allen dingen seine lobpässe was ihn wiederum ja auch als z o m oder als falsche 9 attraktiv macht zwei weiteren pluspunkte ist er zweikampf stark das bedeutet nicht nur dass er sich vorne sitzen kann sondern er ist das öfteren mal hinter einem spiel her gelaufen der halt den ball hatte und konnte ihn immer ganz gut zurückerobern was mit seinem nächsten pluspunkt das ich gegeben habe gleichsetzt er ist sehr aggressiv also er geht immer schön auf den ball führenden spieler grad wenn es ein abwehrspieler ist dass er immer sehr von vorteil und kann dann da auch mal den ball zurückerobern hat mir sehr gut gefallen sein letzter pluspunkt den er von mir bekommen hat ist das kopfballspiel im mittelfeld ihr kennt das wenn ihr den ball mit eurem teurer vorschlag gewinnen in der regel nicht häufig die stürmer die welle gonzale also bei mir zumindest gonzale queen hat das bei mir aber dann doch sehr häufig gut gemacht und deswegen habe ich ihm dafür einen pluspunkt gegeben jetzt kommen aber zu einem negativen und das ist leider halt sehr traurig denn das sind sehr eklatant wichtige punkte für einen stürmer es ist immer bezogen auf sein nicht in form möchte ich jetzt hier noch mal klar stellen hat ein minus von mir bekommen für seine laufwege und positionierung das bedeutet er hat sich nicht so super frei gespielt wie es war nicht in form bei mir gemacht hat zur kurzen erklärung ich habe dasselbe squat benutzt wie wo schon auch sein nicht in form drin spiele und hat mir nicht so gut gefallen wie bei seinem nicht in form die laufwege und die positionierung im allgemeinen er hat sich vorhin nicht so angeboten bevor ich jetzt weitermachen werdet ihr jetzt gleich auch die ergebnisse sehen er hat in ich habe ihn nur vier spiele gespielt heute morgen hat er ein tor erzielt zwei torvorlagen bei dem vorgänger war es wohl besser aber man weiß ja nie wo er spielt als vergleich habe ich ihn jetzt euch den nicht in form dazu getan 13 spiele 13 tor sechs vorlagen ist es einfach deutlich besser und hier jetzt halt noch die zwei anderen punkte es ist halt sein schuss ich kann es halt nicht ändern sein nicht in form hat wie gesehen habt regelmäßig bei mir geknipst und so war es auch was hat bei seinem man of the matches halt nicht so er hat viele chancen vergeben und die kontrolle und verarbeitung empfand ich auch schlechter als bei seinen nicht in form alles in allem gebe ich euch keine kaufempfehlung denn das ist ein 600 600.000 preiskont unterschied und denen wird er einfach nicht gerecht bleibt bei eurem nicht in form wie der inform ist weiß ich jetzt leider nicht ja das war's von mir ich hoffe es hat euch gefallen wenn es gefallen lassen daumen nach oben da und dann bleibt nicht mehr wie zu sagen macht's gut und ciao